Digitale Dokumentation der Testdurchführung mit HyperTestBoost Gestiegene Qualitätsanforderungen und insbesondere lückenlose Nachweispflichten stellen Testlabore gerade in der Testdurchführung vor immer neue Herausforderungen. HyperTestBoost unterstützt als Prozess- und Datenmanagement-Tool nicht nur den Testprozess vom Testauftrag bis zum Ergebnisbericht, sondern kann mit seinem Resources- und Storage-Management-Modul die Qualität in der Testdurchführung signifikant steigern. Alle am Test beteiligten Ressourcen – Prüflinge, Tester, Testhilfsmittel, Verbrauchsmittel und Personal – werden mit einem Bar- oder QR-Code ausgestattet. Sie können während der Testvorbereitung, der Testdurchführung und beim Testabbau mit einem mobilen Device und einer darauf installierten HyperTestBoost Companion App gescannt werden. Zusätzlich können Schadensbilder als Foto oder Kommentare hinzugefügt werden. Alle diese Informationen werden automatisch mit dem Testauftrag verknüpft, sodass später ein lückenloser Nachweis mit einem Mausklick möglich ist. Durch die medienbruchfreie Verknüpfung aller Daten kann HyperTestBoost sogar dafür sorgen, dass nur geeignete Ressourcen hinzugefügt werden können. Ist von einem gescannten Messmittel die Kalibrierung abgelaufen oder verfügt der Mitarbeiter nicht über die erforderlichen Qualifikationen, dann stehen diese Ressourcen in HyperTest auch nicht zur Auswahl. Mit diesen vielfältigen Möglichkeiten bietet HyperTestBoost eine medienbruchfreie, digitale Dokumentation in der Testdurchführung, die zu einer signifikant erhöhten Qualität führt und sogar Qualitätsnormen wie ISO 17025 unterstützt. Steigern auch Sie Effizienz und Qualität in der Testdurchführung mit HyperTestBoost. Geist 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 Vielen Dank.